alle leute es geht weiter okay marshmallow sprung runter super und noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal wieder da merke ich mir ich will erst den kristall später noch mal noch mal noch mal wieder da langsam regt dass mich richtig auf okay ich will mal was versuchen geschafft was ist das was ist das hat wenn ich jetzt runter springen komme ich nicht mehr hoch okay vielleicht schaffe ich das einfach so mal nein noch mal tut mir leid dass ihr so viel safe state sehen müssen aber das ist klar ich will die münze haben ich will die münze haben das ist klar wieso bekomme ich diese verfickte münze nicht was gibt es hier jetzt bin ich tot oder was noch mal noch das mache ich so lange bis ich diese scheiß münche münze bekommen habe noch mal noch mal wieder da es geht weiter noch mal noch mal kein leute kurze pause bis ich die münze geholt habe dann seht ihr mich wieder beim boss also kurzer knappen hat nicht knapp so leute ich habe es geschafft eigentlich geschafft das ist doch so eine beschissene sache aber ich habe es gewusst noch mal oder nein safe state war bin wieder da es geht weiter oder so knapp okay was das für ein gegner auch so hier gibt es auch noch welche aber ich habe es geschafft was ist das denn scheiße jetzt bin ich der zwickmühle okay nicht wieder größer der kleiner egal noch mal versuchen mit mario das klar ich habe jetzt alle münzen und ich besiege diesen hohen so vom boss guck mir wo ich ende welches wieder von anfang machen muss ich bin wieder da ich habe es geschafft schon wieder und es geht weiter ich besiege den das ist klar ich besiege den scheiß spaß die hier den werde ich besiegen ja komm endlich raus du feuerball oder digimon oder sonst irgendwas was du darstellen sollst ach so okay ich mache lieber ich mache lieber von oben wie habe ich nicht getroffen wie habe ich nicht getroffen endlich geschafft und es geht weiter zum nächsten level kurs clear super ja kein problem ich habe verloren noch einmal ja das umgekehrte ist doch gut wartet es geht weiter mario mario was für eine welt ist das denn eine tropische welt und ein scheiger ist auf vögel nein schlimmste kombi die schlimmste kombi die man machen kann okay und weg und weg das leben brauchen wir nicht die 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 auch scheiße so riesen was soll die scheiße was soll die scheiße man dann ist das scheiße noch mal du tut mir leid, wenn ihr meine Brüder hört oder meine Mutter ey, ich schwör auf alles, sie irritieren mich von meinen Eltern wartet erst okay, es geht weiter ich hab die kurze gesagt, die sollen ruhig sein und du, greif mich nicht an mir nix getan du so, so und rein hier und wo war, ah egal ah hier war der hier, hier ey, du schießt du, so ich hasse dieses Spiel ich hasse dieses Spiel ich hasse es immer mehr und mehr ich schlafe alles, ich weiß, wie sich die Hamburgler früh, wenn sie ein Spiel spielen okay, warte tut mir leid, das war mein Bruder, der ist sowieso komisch, egal, weiter wie, wie, wie bin ich nicht auf die Fisch geritten oh man, oh man, egal, weiter, 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 ich schaff das noch, ich schaff das noch das ist ja gerade ah, damn oh man, ich schwör auf alles, sie bockst gleich gegen dieses Computer ich will nicht noch mal, ich schaff das noch wütend du scheiße du scheiß, du scheiß, scheiß Fettsack, du Fettsack, warte okay, wir haben noch eine Minute die werden jetzt sinnvoll nutzen Mario, hast gehört sinnvoll wenn nicht, dann kriegst du so Schläge in dir faced du Juan okay okay geschafft so scheiß das war jetzt brinzlig nein okay ich weiß jetzt luigi er ist der beste für diesen job wartet immer erwartet auch entschuldigung wartet erst okay ich muss gleich die aufnahme beenden aber davor töten wir diesen scheiger und mit dem vogel das schlimmste kombi und du kommst mit mir und tut es den ja wie du triffst ihn nicht hey ist doch klar ist da irgendwie klar die spiel hast mich jetzt weiß ich wie sich kann es füllt okay wir sind nicht ach wir sehen uns im nächsten part und tschüss